Sie sind hier, 20. Januar 2019, 11.37 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten Ausfall bei Borussia Dortmund. Marco Reus zieht sich am Freitag im Training der Schwarz-Gelben eine Bänderdehnung zu und fehlt dem BVB im Titelkampf. Borussia Dortmund muss im Titelkampf der Fußball-Bundesliga bis zu zwei Wochen ohne seinen Kapitän Marco Reus auskommen. Der Nationalspieler hatte sich am Freitag im Training eine leichte Bänderdehnung zugezogen, wie BVB-Sportdirektor Michael Zorc im ZDF verriet und musste am Wochenende im Auswärtsspiel bei RB Leipzig 1 zu 0 pausieren. Er hoffet, dass es maximal ein bis zwei Wochen dauert, sagte Zorc im aktuellen Sportstudio. Trainer Lucia Favre meinte, er hoffet, dass der 29-Jährige in den nächsten Tagen wieder mit der Mannschaft trainieren könne. Am kommenden Samstag tritt der Tabellenführer gegen Hannover 96 an, von Sportinformationsdienst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017